Sag mal, habt ihr eigentlich schon bei TubeClash für mich gevotet? Und für die anderen? Link ist ab heute bis zum Ende der Abstimmungsphase und Vote-Phase immer in der Beschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken und F5 Spam, whatever, und natürlich auch bei den anderen Stimmen dalassen. Wie gesagt, Link ist immer ganz oben in der Beschreibung jetzt bis zum Ende der Phase. TubeClash 2. Müssen klatschen, mit den Seiten und mit klatschen. Yay. Guten Tag meine Freunde der leichten und seichten Unterweisung und willkommen zurück zu einer Folge Waffelpost. Und ihr seht schon heute bzw. jetzt gerade sitze ich nicht, sondern ich stehe, sehe fertig aus als Todes, stehe, weil ich habe heute mal so ein bisschen was anderes für den Anfang. Ich habe nämlich was ganz Krankes bekommen auf der Gamescom und das wollte ich euch ganz gerne nochmal zeigen, weil das zählt ja auch als Post mit rein eigentlich. Also ihr habt super viele coole Sachen bekommen auf der Gamescom, Dankeschön schon mal dafür. Und ich gehe das mal kurz mit euch durch, Sekunde. Hier fängt es ungefähr an, so das ist richtig krass, also das ist nur der Start. Nun geht es hier runter, ich habe ja auch schon alles 1700 Millionen mal irgendwie gefaltet. Das ist richtig, richtig, richtig krass, Leute. Also es ist alles schon so ein bisschen eingedötschelt hier, aber es ist schon echt heavy. Gebt euch das mal. Und es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und es hört einfach nicht auf. Oh mein Gott, ich fange gleich rüber. Ja, Adiletten. Auf Style, auf Doom. Das ist der härteste Sheet ever. Juhu, ich ruhe dich das mit die Füße. Das ist total krass. Dankeschön, ey, an euch alle, die mitgewirkt haben, hier so Rebecca Esser zum Beispiel, Amy, Selina, Anna. Oh Gott, das sind ganz viele. Shanti, Josefin, Rebecca nochmal. Ey, das ist der Hammer einfach nur, Leute. Das ist echt komplett krass. Also wie gesagt, ich habe mir das gerade eben nur mal gegeben und habe mir da einiges durchgelesen. Jetzt schon mal, bin noch nicht ganz durch, gebe ich es gerne zu. Aber das ist einfach nur der krasseste Sheet, den ich euch mal so mitgeben wollte. So, das ist so ziemlich der längste verdammte Brief, den ich jemals bekommen habe. Ich würde jetzt in den Flur filmen, aber ich habe mich so gut aufgeräumt gerade. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ich baume es schnell um. So, nach dem Megabatzen, den ich euch gerade gezeigt habe, jetzt nochmal zu ein paar normalen Briefchen. Ich hätte auch noch die ganzen anderen Games Sachen auspacken können oder die Briefe, aber die habe ich schon sowieso aufgemacht. Und dann die Postsachen hier. Ich mache einfach mal eine auf, wenn ihr euch erzählen, wenn es euch gefällt. Ich habe heute irgendwie gar keinen Druck in der Stimme. Ich weiß auch nicht, was los war. Ich bin letztendlich echt nicht gut geschlafen. Ich bin ein bisschen heiser, oder nicht? Oh Gott. Guck mal, die Love Story. Das ist eine Waffe und ein Weinglas. So, und ich suche noch mein Weinglas. Wo ist das Weinglas? Dankeschön, Paul, auf jeden Fall. Richtig süß. Hier ist noch was. Oh, guck mal, wie fett. Guck mal, richtig cool gemacht. Auch selbst gemacht. Danke, Paul. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Das ist voll cool. Luminati-Waffel. Das habe ich gewonnen. Einmal hoch, einmal so. Eine Tette, Tette, Tette. Okay. Smurf. Und guck mal, ein Innekraftbild. Oh, Smurf, krieme. Voll cool. Katrin und Lara. Dankeschön, Dankeschön, Katrin. Dankeschön, Lara. Ich hätte mich hier noch ein Bild. Bild, Bild. Was ist das? Jessica. Das von Jessica. Und wir sagen Jessica. Ein bisschen Jessica. Guck mal, ein Buddytagbild. Oh, guck mal, so ist das ganze Bergwerkding. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Immer die Sturmwaffe. Und auch Sturmwaffe. Was ist das? Das erste Bild auf Instagram. Ja, ja, ja. Das ist unsere Waffe. Dankeschön. Mein Leben zusammengefasst in einem Stück Papier. Ich leistete viel. Dankeschön, Jessie. Das ist richtig süß gewesen. Vielen, vielen Dank. Danke für den Brief. Und das ist mein Lebensbild. Danke, Robert. Und guck mal hier, Beauty-Pause. Wie cool ist das denn? Die sind eigentlich ganz cool bezeichnet, so vom Stil her. Und das ist Unger. Da ist, wer ist das? Das Papierverluten. Da bin ich, Drevi. Und da unten ist Dena. Wohnt der bei nicht im YouTube-Haus? Ich wohne auch nicht im YouTube-Haus. Ist das jetzt Wunsch-YouTube-Haus denn? Leute, wie gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen heute, deswegen auch kein Zusammenschnittl-Diddle. Ich hoffe, dass morgen hat sich das alles wieder gehoben. Dann geht es ja tapfer weiter. Ich denke, beziehungsweise die gefallen euch ja momentan auch. Und ich habe da auch mega Spaß dran. Wieder mit den zwei Videos habe ich halt dann eben noch die Zeit dafür, mich da mal wieder ein bisschen so rein zu vertiefen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumel-Lein nach hoch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Du bist ein bisschen gerübset. Dann raucht rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.